Der Ende letzten Monats vor Mauritius auf Grund gelaufene Frachter ist vor zwei Tagen auseinandergebrochen. Über 1000 Tonnen Öl sind bereits ausgelaufen, Mauritius musste den Umweltnotstand ausrufen. Obwohl bereits abgepumpt wird, sollen noch immer 2500 Tonnen Treibstoff an Bord sein. Die Bergungsmannschaften wollen den größeren Teil des Wracks, rund zwei Drittel des Schiffs, abschleppen und im Meer versenken. Sollte man sich dafür entscheiden, den vorderen Teil des Wracks zu versenken, dann möchte ich natürlich alle Gewissheit haben, dass es keine Auswirkungen auf die Umwelt in den Hoheitsgewässern von Mauritius, vor allem aber in den französischen Hoheitsgewässern und denen von Réunion gibt. Das hintere Rumpftrittel steckt nach wie vor im Riff fest, die Behörden haben noch kein Konzept, wie es entfernt werden könnte. Einsatzkräfte und tausende freiwillige Helfer versuchen in einem Wettlauf gegen die Zeit, das Öl zu entfernen. Das Wrack liegt etwa zwei Kilometer vom Festland entfernt in der Nähe mehrerer Naturschutzgebiete. Umweltschützer befürchten, die Ölkatastrophe werde verheerende Auswirkungen auf die Meeresökologie haben.